moin leute und heute machen wir die only pump challenge also ich darf nur mit pump spielen egal welche pump aber ich darf einfach nur mit pump spielen ich glaube das wird schwierig für diese aktion lasst ein like und ein abo da würde mich sehr freuen würde mich auch sehr freuen wenn ihr meinen discord beitretet der erste link in der beschreibung da kommt ihr zu meinem discord ich würde sagen gehen direkt rein leute mit gerade jemand die eine krone gedroppt also in belroyal ist wirklich praktisch weil jetzt habe ich einfach schon eine krone wenn wenn ich glück habe habe ich direkt eine pump und darf sie auch benutzen ich pech habe kommt jetzt ein gegner zu mir und ich darf kann einfach nicht schießen weil ich keine ah ja ja game changer ich glaube zugest um wobei mir über eine paar gute zumindest okay aber was mache ich in der stadt stadt sonst noch nicht der ist nicht gut okay er hat mir nicht mal dem ist gemacht ja da ist er mein finger der tut anders weh egal hat drei kills geht eigentlich beziehungsweise bald vier kills warum ziehe ich eigentlich weil sonst bekomme ich nicht mehr den fight also gibt es nicht jetzt bin ich da und jetzt sehe ich keine schüsse mehr sehe ich keine gegner mehr irgendwann muss er sein das gibt es ja so ein großer kann das nicht weil irgendwie sehe ich auch nicht dass da ein großer fight war da ist schon mal eine eliminierung okay nicht dass mich hier abschließt ich baue glaube ich lieber auch die tür zu die tür zu sehen da vorhin noch ein fight kann noch wo könnte das sein mein brau geht es so ja geht es gut ich finde kein impuls nix schau mal ich weiß ich kenne die neue kommt noch nicht wirklich muss mich noch also einüben mit der pump dass ich besser bin junger hat es gerade gepackt hatte weiß was ich jetzt mache ich nehme nur pumpen und weil dann bekommen die nichts von meinem kölz also kann man jetzt nicht zu viel haben und ich habe ja in der lobby in der krone getroppt bekommen ja eigentlich schon muss schon welche tics ups wie geht es brauche ich nicht mehr übrigens gibt es gerade einen neuen trick oh mein Gott ja was sorry po aber ein problem es sind ja schon fast zu hoher tics was mache ich eigentlich so wir haben schon mal ins entgegen geschafft das schon mal richtig schade ja trotzdem dritter platz gut mit fünf küls ich hoffe es hat euch gefallen auf seinen like und ein abo da und schau